Mir hat die El Greco-Ausstellung sehr gut gefallen. Vor allen Dingen hat mir gefallen, dass ich gesehen habe, wie modern El Greco gerade zu seinen letzten Bildern, sein letztes Gemälde ist zum Beispiel die letzten Bilder von dem Heiligen Jakobus. Und was mir gefallen hat, wie sie gezeigt haben, wie El Greco die Moderne beantwürgt hat, nämlich die blauen Reiter. Also wie ein Gemälde, was eben ausgestellt wird, dann eine ganze Generation.